Wenn ich sehe, dass ich mit der 10,80... Oh, jetzt. Alter, ich bin direkt verreckt, Alter. Was ist denn das für ein Scheiß? Also. Oh ja, essen, trinken, essen, trinken. Ah, Knolle, hör auf, das, wir rauchen ja, wir haben ja so eine kleine Kammer, so, und da machen wir nie Licht an, wenn wir rauchen. Warum, aber du siehst ja eh nichts. Ja, dann habe ich mir meine Zigarette auch noch an der falschen Seite angebrannt, also am Filter. Scheiße. Dann musste ich noch mal los, ich will mir noch eine holen. Ach, es war kein Rauchgenuss. Das kann ich euch sagen. So, jetzt, tja. Jetzt genau umgedreht. Ich würde dann Pier, dann Resort, dann Villa und dann raus. Genau. Da haben wir mit der Lighthouse wahrscheinlich schon. Oder Tune, genau. Komm, wir retten, es gab. Glaub ich zumindest. Wie in seinem Verbrauchhäuschen steht. Irgendwer ist von links nach rechts gerannt. Hm. War aus wie ein Skeff. Wow. Ich noch ein Laut. Geil, he? Ich lege ihn. Warte, wollen wir mal reingucken, Benji? Kümmer mich mal mit den. Sprache AKM, AKM, Skeffkills. Ach so, ja. Wo ist er? Was denkst du? Der ist hinten an dem... Ich habe ihn gesehen 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 gesehen. Das ist gut. Geht so weit rechts, oder? Heht so weit links. Hm. Warte mal, Matze. Warte. Warte mal, Matze. Warte. Da ist, äh... Was denn? Bilo, Matze. Warte? Drei Stück. Direkt vor uns. Oben. Ja. Es gab eine Granate. Da wo der Sniper war letztens. Genau. Das waren zwei, einer war unterhalb. Mach mal Lärm, sodass sie denken, ich fände außenrum, ja? Mhm. Hier ist keiner mehr, Benji. Ja, Münster. Hm. Au, 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 ich hab geschossen. Au, 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 au. Auch vom Ressort, oder? Ja, ja, ja. So, weil der hat das im Visier. Mhm. Du musst ja da genau hin. Ja. 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 Ich leg mich erstmal hier hin. Der Kraftmagazine. War was? War was? War was? Von wo hat er dich beschossen, Benji? Er hat durch ein Fenster geschossen. Also ich kann es nicht sagen, irgendwie entweder oben auf diesem Durchgang oder aus einem der Gebäude. West Wing? Ostflüge? Westflüge? Nein, es kam von rechts. Also ich denke eher, dass es... Oh, kommt was? Von wo? Von da, wo du herkommen bist, hier aus dem Mittelgang. Da kommt noch einer bei dem Ski. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Er war ein bisschen oberhalb auf dem... Mist. ... ... ... ... ... Oh, 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 oh. 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 Ich guck erst mal zur Villa, Benji. Und zusammenflicken muss ich mir auch noch. Ob das die Zweien waren, die du beschossen hattest? Dass die vielleicht hinten dann übern Westing oder ob das andere waren? Ich guck, dass die das waren. Den einen hätte ich fast gehabt. Also der hat übrigens getötet. Ich hab dem bestimmt fünf, sechs Tugeln reingedrückt. Da hat der erste Schutz nicht gesessen. Ich dachte, du hast was gehört. Du sagst, warte mal, ich hock mich da hin. Dabei ist noch ein Spieger. Da muss ich sagen, Gegner, zwölf Uhr. Das war blöd angesagt, auf jeden Fall. Ich hab doch nicht weiss grad Kekse. Hm, nö, kein Ding. Lass es dir schmecken. Danke. Ich baile dich. Butter oder Othello, soll ich fragen. Finsicana. Ne, warte mal, das sind Nougat, warte, das ist schon mal auf die Fahrt angucken. Ich hab einen erschossen Benji. Nougat-Creme, einfach, die sind aus wie Prinzenroller im Prinzip. Die sind so groß, also die normalen Vulcana sind ja so kleine, diese Wikis. Oh, meine geliebte MP 153. Oh, Level 37, Alter Schwede. Ach, der macht ja seine Quest. Hat er nicht. Es muss ein anderer gewesen sein. Ich glaub, der andere ist hoffentlich über dem Berg. Hat sich verpisst. Die ist nicht von mir, sie hat's. Mit dem Helm hatt ich gar nicht auf. Ne. Dein Zeug lass ich mal liegen Benji. Ja, na klar, danke. Das klaut ja keiner. Das ist schon relativ spät auf dem Red, ne? Mhm. Das klaut ja. Ich bin eigentlich zufrieden Knaller. Die macht ihren Job gut. Bei Talkoff könnte es besser sein. Da ist es noch ein bisschen... Wahrscheinlich, aber das Spiel ist ja eh nicht optimiert. Keine Ahnung, für die 30, 90 wahrscheinlich erst mal gar nicht. Wenn ich sehe, dass ich mit der 10, 80... Oh, jetzt... Alter, ich bin direkt verreckt, Alter. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, ey, das kann jetzt nicht euer ver... Victor Ernst sein. Ich bin verreckt. Ich nicht? Was? Hä? Benjovi 1988. Hä? Hast du mir vorhin einer auf dem Pelz gebrannt? Aber... Also bei mir war ja der Stomach weg. Ne Quatsch, der Thorax. Aber die Energie war jetzt auf Null. Aber er hatte keinerlei Anzeichen gehabt, dass er irgendwie... Es wurde jetzt auf die letzten zwei Meter schwummrig. Da wollte ich gerade mal gucken. Ich wollte gerade noch was trinken. Weil das gibt dir ja auch ein bisschen Energie. Bis zum nächsten Mal.